Was ist denn was mit dir? Jetzt ist es nur eine Fresse. Mann, ich komme seit sechs Wochen her und trinke immer diese Eiweißshakes und so ein Baubakino-Muskeln. Was? Zeig mal her. Zeig mal her. Spann mal richtig an. Spann mal richtig an. Das ist ja gar nichts. Was? Du kommst hier nur her und trinkst einen Eiweißshake, haust du sofort wieder ab. Pass auf, du machen voll. Ich bin bloß eine Trainer, Coach, alle, die machen alle, verstehst du, wie ich die Stars trainieren. Pass auf, ich schreibe den Plan. Echt? Du meinst, es klappt? Ich bin da noch fit für die Tour? Na klar bist du denn fit, guck dich doch jetzt an, das ist doch nicht schwer, ey. Mann. Wollen wir ein bisschen nehmen? Hä? Also, Laufband muss man auf jeden Fall machen. Äh, das ist so das Beste daran, kannst du erst der ganze Körper bewegen. Aber dann machst du schon richtig Jucki, wa? Äh, machst du vielleicht noch Zwickhammer, mehr und dann noch ein, zwei Kilometer und dann bist du auch schon warst, jetzt sag ich mal. Ich sag halt dir, na ehem Tag, da siehst du hier Bananen aus, Junge, jetzt hör mal auf, hier dreht schon aus. Zeig mal her, siehst du schon mal? Danke! Danke!